Das hat Lena gelohnt. Ich hab's genau gesehen. Ich hab überhaupt... Zieh mir doch kein Quatsch! Ich will jetzt sofort die Wahrheit hören! Hier geblieben! Verdammt! So ist das doch immer. Er macht was und dann schiebt er es auf andere. Du gibst mir jetzt sofort das Geld zurück! Gib mir das Geld zurück! Dafür gibt's ne Woche Hausarrest. Und der Ausflug am Wochenende, der fällt aus! Das Fazit immorgen.